So was, wir machen jetzt nämlich hier, das ist ein Ausdrehen. Muss man unten ein Loch dazu holen? Oder wie ich das jetzt mache? Ein Moll oder ein Ausdrehen, oder was? Oder wie macht ihr das immer? Ich kann dir auch einen Becher bringen, du? Ich weiß nicht. Und jetzt? Nein.